So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe, nämlich ganz simpel, ich weiß nicht, wie die auf so Ideen kommen. Benutze ein Emote in einem 10 Meter Umkreis eines Charakters. Ich mache das Ganze bei Jonas Seas, weil da rennen immer Charaktere rum, weil zum Beispiel da, wo ich immer hergelandet bin, hier an der Stelle, hier oben rechts, wo auch der Außenposten hier oben ist, da ist der Bot nicht immer da, deshalb fliege ich jetzt da hin, wo einer hundertprozentig ist, beziehungsweise ich könnte jetzt auch noch hier auf die Insel fliegen, da ist auch definitiv einer. Bin gerade überlegen, soll ich da hingehen? Ich glaube, ich gehe da hin. Weil der ist auch immer definitiv da. Die Aufgabe dürften eigentlich alle haben inzwischen mit der exotischen Waffe, weil da war eigentlich auch ziemlich viel los wegen der blöden exotischen Waffe. So, nervig. So, ich meine, es erklärt sich auch eine. Ihr fliegt einfach zu dem Bot hin, beziehungsweise zum NPC. 10 Meter. Aber für Thumbmail machen wir das natürlich so und zack, schon habt ihr die Aufhörung geschafft. Ich denke mal, das sollte jeder von euch hinkriegen. Was kann man eigentlich da machen? Nix. Nee, nee, nee. Mehr gibt's nicht. So, wie gesagt, damit habe ich euch alle Aufgaben hochgeladen. Wenn irgendwie Fragen sind, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Wenn du auch keinen Like da gelassen hast, gerne einen Like da lassen. Natürlich auch, wenn du auch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben und haut rein. Und dann, wenn du auch ein Abo raushauen kannst. Und dann, wenn du auch ein Abo raushauen kannst. Und dann, wenn du auch ein Abo raushauen kannst. Und dann, wenn du auch ein Abo raushauen kannst. Vielen Dank.